Ach, da bist du. Ne, bist du nicht. Lauf, du kleine Arsch. Ich will endlich wieder zurück. So. Ich brauch was zu essen. Essen, 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 essen. Willkommen zurück zu einer Folge Out in Time mit mir, dem Niklas und dem Luca natürlich. Und ich werde jetzt meine Smelter rebound. Und Luca wird erstmal schön... Ach, die Bed-Bucks hast du mir schon gegeben. Ja, hab ich dir gesagt. Wir haben irgendwie letztes Folge am Ende irgendwie so hatte Luca irgendwelche Probleme mit der Aufnahme. Er wusste nicht, ob die jetzt abgekackt ist oder nicht. Und so ja. Hast du die Tin hier rausgenommen, hast du mir Wurde zu dingen. Oh, ich brauch noch Item-Casings. Sonst wären die alle weg. Läuft. Was hab ich? Nix. Ich hab grad gefragt, ob du die... Ich bin grad ein bisschen... Oh, mach mal mit dieser Musik aus. Die ist aber cool. Ne. Ich hätte eine andere Farbe. Soll ich machen? Mach. Okay. Ne, warte. Ich weiß mal, mein Ding jetzt was für's Ende bauen. Quietsch. Komm, das Ding reinpacken. So, wir brauchen eine Bed-Box. Noch eine. Was für ein Ding? Wir brauchen noch eine Bed-Box. Warum? Weil wir die Z-Packs aufladen müssen. Oh Gott. Ich will jetzt aber erstmal mein Ding fertig bauen. Okay. Wir brauchen drei RE-Batter-Dien. Hast du noch RE-Batter-Dien? Ich kann dir aber gleich die Sachen dafür geben. Ne, mach ich schon. Mit den Hammer und so. Ich brauche aber einen Cutter. Bad. Badbox. Was sind das denn? Battery-Block. Was für ein Ding? Victorisation. Okay. Victorisation. Ich brauche eins, zwei, drei, vier Tin-Käbel. Vier Tin-Käbel. Glas, wer zu, äh, Wusste, Sand. Ah, Sand, wer zu Lass. Haben wir irgendwo noch Tin-Käbel? Ich habe noch vier hier. Ach ja, ich gebe dir jetzt mal den Scheiß. Ja, die Tin-Käbel. Hier. Und Red Sun auch noch. Die Sachen brauche ich. Hm. Dann haben wir irgendwo noch Tin. So. Ach, da warst du gerade. So. Drei Batterien. Standard Smeltery ist fertig. Ja. Okay, dann kannst du jetzt anfangen. Gleich. Mach mal eine Lumberhacks, was damit wir ordentlich fahren können. Mach mal eine Lumberhacks, gerade beim Standard-Dinge. Ich muss das mal hier fertig bauen. Ich muss auch erst mal das Auslauf-Dinge und drücken bauen. Das ist für dich ein Standard-Ding. Warte kurz. Ich habe jetzt erst mal nur so hingebaut. Ich habe noch nicht mal das hingebaut, damit das daraus fließen kann. Das war ein Creeper im Wasser, der nichts kaputt gemacht hat. Ich brauche jetzt mal ein Eimer. Eimer. für Lava. Ist das Portal noch nach unten da? Nee. Oder? Hm? Ist das Portal nach unten noch da? Ja, deins. Also zur Lava? Nee. Schade. Na gut, egal. Dann gehe ich da hin. Dann laufe ich da mal hin und wir brauchen unbedingt Essen. Ich habe nichts mehr. Und ich wache mal hier bald. Warte, oder ist es doch noch da? Ich gucke einfach. Ist es glaube ich noch da? Ja, es ist noch da. Ja? Wo denn? Geh durch mein Portal. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Du musst hier oben durch mein Portal. Dann kommst du zu einem riesigen Lavasee. Egal. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Ach, da bist du. Nee, bist du nicht. Lauf, du kleiner Arsch. Ich will endlich wieder zurück. So. Ich brauche was zu essen. Essen, 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 essen. Oh cool, Blackberry. Blackberry-Handy? Ja. So, erstmal Chili reinhauen. Schön. Ich gucke mal, wow. Was ist das für ein Lava-Wasserfall? Ist das eine Hölle? Ja. Seared Tank. So. Ach, shit. Wo ist dein Portal? Ach, da. Cool. Was ist noch? So. So. Ich habe jetzt erstmal das Ding befüllt. So. So. Noi. Immer noch nicht voll. Ich leg mich doch am Arsch. So. Jetzt aber gleich. Zack. Ah, ich habe Kobalt schon mal gefunden. Cool. Das bringe ich dir mal mit, ne? Kannst du das schon abbauen? Nein, ich brauche auch eine Steel. Du musst mal Steel-Ding herstellen. Ja, warte. Das kann man aber gleich hier drin nicht. Oder doch. Doch. Aber ich werde jetzt erstmal hier. Ja, aber Steel ist wichtig. Dann können wir diese guten Sachen abbauen. Ja. Mann, das hat der Nogel vorne fest. Ich brauche Blaze Powder. Oh, scheiße. Ich gehe auf einen riesigen Lavasee. Uiuiuiuiuiuiuiui. So. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich nicht in Lava schwimmen kann, wie im so Außeraufnahme-Spiel. Was? Ja, da können wir ja in Lava schwimmen. Wir haben noch eine andere Welt, die nicht hier zugehört, wo wir halt so alleine irgendwie waren und da haben wir schon andere Sachen. Ja, weil dann noch mehr Leute mitmachen. Dadurch ist man auch schnell ziemlich weit. Äh. Ich habe eine Festung. Cool. Mit noch einer Toilette. Was? Na Toilette. Wie in der Toilette? Oh, fuck. Blazes. Geil. Scheiße. Was heißt denn Toilette? So ein Lava-Block oder was? Ne, ne. Ja, ich habe einen Blaze gekillt. Jetzt bin ich feuerfest. Ach, du kannst ja Blaze dann sein, ne? Ja. Ja. Ach, okay. So. Ja, ich habe Blaze-Roll bekommen. Wir können den Enchanting-Plus-Table machen. Aha, okay. Das ist gut. Ich dachte aber, äh, Dings können fliegen, Blaze. Nö. Hä, du hast das auch ausgemacht oder nicht? Weiß ich nicht. Scheint ja. Nur wenn man den Wither besiegt hat oder sowas. Ich habe vielleicht mal ein paar Talentfestungen hier gemacht. So. Jetzt. Äh. Wir brauchen mal eine Essens-Farm. Ich habe Hunger. Schauen wir mal, was uns die Festung so bietet. Oh, noch ein Blaze. Boah, wie man dampft als Blaze. Kann man überhaupt noch was sehen? Ja. Aber der Dampf ist doch jetzt nicht vor der Sicht, oder nicht? Ja, nervt ein bisschen, aber man sieht noch was. Krass. 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 So. Kobalt. Aluminium ist das beste, glaube ich, Metall, was es gibt bei Tinkras. Was macht, das machen wir von Aluminium? Blaze Warner. Iron Obsidia. Cool. Aluminium ist das. Was ist das? Was ist das? Ich nehme mal kurz an. Ist das an mit? Ne, das nicht. Ne. Ach, cool. Du, ich habe einen Blaze-Farm gefunden. Okay. Den kannst du doch mitnehmen. Ne, ne. Nicht, dass uns wieder alles abwackelt. Ja, okay. Ich will nicht alles kaputt ballern. Aluminium Iron Obsidia, okay. Okay. Leute, einen coolen Hut. Wer? Der Blim Blaze. So kurz gucken. Aluminium, wie bist du? Das ist nicht der schon Aluminium, Digga. Ah, hier. Aluminium Iron. Oh, man muss mal sehen. Luka wird zum alten Mann. Hm. Obsidian. Haben wir noch Obsidian? Wir haben keine Obsidian mehr, ne? Dann mache ich ruhig mal kurz was. Ich weiß nicht, ich kann einst die Map. Weiß ich nicht. Ich kann ein sehr gutes Material herstellen. Ich versuche, ob es so klappt. Das soll, also, glaube ich, sehr gut sein. Was? Ja. Ich gucke, ob sie wieder für... Wofür? Für das... Metall. Oh, was bist du? Ich dachte schon hier Ludge und Blaze rum. Warum habe ich Night Vision? Weiß ich nicht. Warum habe ich Camouflage? Hä? Hä? Hast du das zugemacht? Hä? Warte mal. Wir müssen noch mal testen. Ähm. Bin ich unsichtbar? Nein, bist du nicht. Wo bist du eigentlich? Ich habe dich gesehen. Wo bist du denn? Wo? 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 Da bei dein Portal. Oh, lol. Äh, siehst du mich jetzt? Ah, ja, sehe ich dich. Joll. Dann weißt du nicht, was da jetzt rumpackt. Hm. Egal. Geh mal bitte weg da. Mann! Was soll das? Behinder mich nicht. Ich bin grad in meiner produktiven Phase. Ach, ich muss dich doch nicht mehr behindern. Alter, die bekickten Zombies, ne? So, jetzt machen wir ein bisschen Blaze Powder. Aua. Alter, wie viele Zombies die sind. Ich rasch da aus. Ey, kannst du mir mal zwei Obsidianen geben, bitte? Hallo, boy. Hm? Ich brauch zwei Obsidianen. Wo bist du denn? Zuhause wieder. Hm, ich farm auch noch ein bisschen. Weil ich will dann nämlich diesen Enchanting Plus Table machen. Hm. Du, dafür brauch ich auch noch eine Ender-Perle. Ja, ein Kill, kurz irgendwas Endermäßiges. Haben wir sowas? Wir haben doch noch diese Typen gekillt, die sind aber ganz am Anfang. Ja, aber davon haben wir, glaub ich, gar keine mehr. Ist die verballert oder wie? Für den Dings haben wir den, glaub ich, schon nutzt für den. Ein Verwandler von Strom? Nee. Was denn sonst? Für den. Du bist Roboter-mäßig, Mann. Du auch. Okay, jetzt immer noch? Nein. Okay, du auch nicht mehr. Alter, es dauert so ewig dieses Scheiß abzubauen, ne? Ich brauch zwei Obsidianen, dann brauch ich noch eine Ender-Perle. Nein. Was denn? Küper. Was los? Oh, ich brauch auf. Okay. Moment, wie viel hab ich jetzt? Sieben. Ich brauch noch ein paar. Moment. Ja, ich brauch auf zu sein, ne? Denkt dran. Fuck. Oh. Nice. Wo bist du denn runtergejumpt? Was hast du gemacht? Was hast du denn du gemacht? Ich bin runtergefallen. Ja, wo runter? So ein Ding. Hast du eigentlich mal dein Jetpack aufgeladen? Hast du eigentlich mal dein Jetpack aufgeladen? Ach, so ein Ding? Ja, dann weißt du natürlich Bescheid. Hast du mal dein Jetpack aufgeladen? Nein. Nein, noch nicht. Muss ich noch machen. Los. Oh, diese Scheiße ab, Mann. Ist doch der ewig hier. Ewig. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauch ein Enderman. So. Ich hab jetzt 11. Warte mal. Ich mach mein Radar an und filtern nur noch. Wieviel brauchst du denn? 4, ne? So, Hostels mobst du Display. Wo kann ich das? Ach, hier. Bedbox. Alles außer Enderman ausmachen. Mein Jetpack wird vollgeladen. Haha. So. Oh, es ist bald Nacht. Hm. So, eigentlich, ich müsste jetzt auch wenn irgendwo Endermänner sind auf dem Radar welche sehen. Ja, da ist einer. Yeah, man. Yeah, man. Noll. Und, 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 äh, Spinnreiter. Fuck. Fuck. Die wirst du ja wohl killen können, oder? Noll. Nein, da waren zwei Spinnen. Halt eine mit dem Spinnreiter drauf. Ja, eine Enderperle. Und dann ist dieser Enderman. Fuck, ey. Oh, fuckadidu. Da ist ein kleiner Zombie-Master. Äh, kommst du mal. Also bist du wieder hier? Kann ich mein Portal benutzen? Ich bin echt tot eigentlich. Du, ich bin wieder da. Okay. Oh, man kann Muskeln essen. Und ich bin bald tot. Kann man das? Ja, cool. Muskeln. Du schmilzt Obsidian? Ja. Das brauche ich für dieses geile Werkzeug. Was denn? Das geile, äh, ja, Alu-Mite, oder wie das heißt. Warum willst du das? Alu-Mite, made from Aluminium, zwei Eisen und zwei Obsidian für ein Teil. Okay. Du weißt, war das die auch noch zu Obsidian brauchen? Ja, ich habe noch neun. Geh, gib mal bitte. Böser Zombie. Ich bin gleich tot. Kannst du irgendwie mal gucken, dass wir was zu essen haben? Ich habe nichts. Ja, also ich sterbe mir gleich. Dann komm runter. Ne, ich will ja hier fertig, dann werde ich also weitermachen. Deswegen esse ich ja verrottetes Fleisch. Ich brauche Leder. Mann, diese bekackten Zombies. Wo kommen die denn immer her? Oh, cool. Ich habe nur einen... Oh, lol. Geil. Ich habe einen coolen Hut gefunden. Ja. Mr... Ne, warte. Haar. Ach ja, ich habe immer noch den geilen Scheiß. Wo ist er denn? Da. Oh, cool. Das war cool. So. Das wollte ich... Kann man ein Herz essen? Man kann ein Herz essen. Mhm. Aber es schmeckt nicht gut. Ich brauche einen Inksack. Haben wir einen? Ich brauche mal einen Inksack. Jetzt schmelzet ihr, blöde Schmelzerino. Oh, oh. Ich gehe mal kurz hin. Oh, lol. Das ist ein Giganto-Mega-Cat. Äh. Föcken. Mh. 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 Scheiße. Da war alles ein Baby-Zom hier oben gewesen. Und ich habe nur ein Herz. Hat sich wahrscheinlich gerade so angehört, als ob ich hart kacken musste. Aber egal. Nein, das hat man abfüllt. Ich dachte, da ist jetzt so ein Giganto-Weiß nicht was. Nein, da war ein Zombie mit Kettenriff. So, nee, wollte ich gehen. Und dann kam von hinten so ein Typ hier. Scheiße, man kriegt bei Spinnen Augen ja Gift. Ja. Musst du das nicht? Nee. So, erstmal Essen kochen hier. Braten. Wir sollten lieber nicht in die Kiste allen Scheiß reinpacken. Ich will ja gleich nochmal so ein Soziersystem machen. Ich suche nur noch ein Squid. Squid? Wo das denn da war? Nein, Squid. So. Können wir bitte mal schlafen gehen? Ich bin ne Wald vom Arsch. Nein, können wir nicht. Wir sind zu weit weg. Warum nicht? Wo bist du denn? Ach, irgendwo bei einem Fluss. Ach so, okay. Kann man auch alleine pennen? Mal gucken, ob das hier geht so wie bei da hoch. Na ja, wohl nicht. Mal gucken. Wir können den Mod aber mal reinpacken. Ach, schade. Okay. Äh. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte wieder hoch. Oh, es ist Nachthammer geil. Immer noch. Egal. Ey. Geh mal zum Fluss. Ich muss dir mal was zeigen. Warte kurz. Ich muss kurz was machen. Zum Fluss? Welcher Fluss? Ach, da bist du ja. Ich seh dich auf der Map. Was denn? Nicht, kommen wir zu dir. Achte mal auf den Fluss vor unserem Haus. Hast du nicht wie ich das? Wie misch ich den Scheiß? Ja, siehst du's? Achte mal drauf. Hallo, guck mal. Wo, was war das? Was, wo bist du? Siehst du nicht? Hallo? Ach, da, Leute. Ich bin jetzt nicht mit. Ich bin in diesem Fall, wie er da ist. Ich bin da in dieser Sammlung. Du guckst nämlich nach oben. Also dein Kopf ist einfach durchgehend nach oben. Hä? Bei mir nicht. Ja, bei dir nicht, aber bei mir. Aber weißt du, was geil ist? Dass ich so richtig Speed habe. Ja. Dafür ist der Fluss voll geil. Ja, das ist jetzt unsere Wasserstraße. Kill die mal bitte. Ah, jetzt nicht mehr. Es ist bei mir auch anders. Was passiert, wenn ich jetzt hier reinballer? Das Blöde ist, dass ich auch Landteilschaden kriege. Läuft. Läuft. Das ist natürlich doof. So, was passiert nun, wenn ich hier auch glücke? Geht nicht. Läuft. So geht es nicht. Also, ich habe es sozusagen auch Landteiluft blasen, normalerweise unter Wasser. So ist das. Ach, Anumite ist doch hier drin. Ja, dann wähle ich das aus. Ah, ne, ne. Ich muss noch ein Ingrid-Dingen da machen. Fick dich doch, du Zombie-Arsch. Wie viele Zombies ja immer sind. Ne, haben wir nicht schon eine Enchantment-Table? Kannst du mal bitte einen machen? Ja, dann mache ich einen. Ich bin beschäftigt. So, ähm. Wir müssen mal aufhören. Wir sind schon bei 20 Minuten. Okay, Leute. Das war eine Sonderfolge. Sonderfolge. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Abonnier. Ähm. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.